Ziemlich intakt am Boden der Ostsee scheint der Fund zu liegen. Polnische Taucher haben bekannt gegeben, ein deutsches Schiffswrack aus dem Zweiten Weltkrieg aufgespürt zu haben und damit vielleicht ein Puzzleteil zur Lösung eines jahrzehntelangen Rätsels, um einen verlorenen Schatz zu liefern. Es geht um das mysteriöse, wie faszinierende Bernsteinzimmer. Verziert mit dem namensgebenden Schmuckstein und Gold waren die Wandvertäfelungen und Möbel lange Zeit im Katharinenpalast bei St. Petersburg eingebaut. Zuletzt geortet wurden sie im damals preußischen Königsberg, dem heutigen Kaliningrad. Von dort lief das Frachtschiff Karlsruhe im April 1945 aus, bevor es anschließend von sowjetischen Flugzeugen angegriffen und vor der polnischen Küste versenkt wurde, wobei viele Geflüchtete ums Leben kamen. Die Taucher von der Baltic Tech Group meinen nun, die Karlsruhe aufgespürt zu haben. Ihnen zufolge befinden sich Militärfahrzeuge, Porzellan sowie Kisten mit noch unbekanntem Inhalt an Bord. Ausreichend Anlass für Spekulationen. Das Bernsteinzimmer zierte ursprünglich das Berliner Stadtschloss, bevor der preußische König Friedrich Wilhelm I. es 1716 an den russischen Zaren verschenkte. Die deutschen Besatzer nahmen Wandverkleidungen und Enterier während des Krieges mit ins Königsberger Schloss, von wo sie während der Angriffe zum Kriegsende verschwanden. Viele meinen, die Paneele seien zerstört worden. Im Katharinenpalast befindet sich inzwischen eine originalgetreue Nachbildung des Bernsteinzimmers. Ausreichend Anlass für Spekulationen. Ausreichend Anlass für Spekulationen.